ja Willkommiss der EDS 3 wer heute mit dem Gameplay von Minecraft und ja wir haben neue Admin hier, Little Joni mein Kumpel, mein kleiner Freund, no hallo wie der mit Richard und der ist heute auch mal dabei, da ist Fabian nicht nur Play, Fabi, Fabi komm wir hauen die tot Joni nee, lass ihn der Hauni tot aber nicht mich ich bin da ein Tor, ey Lass mal Ruhe ok das ist genau das soll ich und jetzt selber nachwuchsgekommen komm ne, Michael, komm ja hier mein Haus habe ich heute gebaut er hat mit ihr schon einmal abgebrannt ja, das 4 habe ich auch reingestellt wo mein schönes Haus abbrennt so, hier das Lego Haus oh, schwer, Fehler, egal von mir und den neuen Admin Joni ich höre nicht auf doch jetzt komm ja, ist noch in der Wand nee, doch nicht ja, wohin komm mit ich geh mal hier hoch nein, erst mal unten nein, erst mal unten und wir haben ein Geheim- was der Fall bei der Eintür die Gäste wo auch Lava zeigen wir jetzt jeden Führer der Heim zählte Kisten drin gar nichts 2 jetzt geht es sehr hoch Prozent der Führer und führe euch an hallo Leben in Deutschland so was mit dem Führer das schon mal schiefgegangen hihihi ach du bist deutsch so und kann man hochgehen auf ne Aussichtsplattform da ist ne Treppe da kann man hochgehen ne hochsteh denn ey stütz schon bei mir heute auch noch bauen ne Richard wollten wir noch bauen hier wurde schöne Aussicht mit paar Fehlern im Spiel aber egal erhört mich jetzt kommt die gleiche stelle guck auf mich ich ich bin Prozent 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 bei mir heißt sie für die Probe ich heiße Prozent Prozent alle sind tot Prozent Prozent ja der Prozent das sind die von Horst der mich ist die erluft jetzt vorher abgesetzt so ein paar regeln auf den server hier jetzt vom anderen zerstören nichts vom anderen was zerstören keine admins zum sachen fragen keine lava leichtsinnig setzen nicht befolgt führt Furt zu Böden Bannung Furt zu Bannung Jair Klänge zu schreiben ja ich hab das nicht vergessen gibt es nicht auch mal eine Tastatur habe ich rausgerissen glaube ich dir so ein Hafen mehr haben wir auch noch ne ja und wir müssen uns ein neues Bauprojekt zeigen ah nee uns altes was wir fertiggestellt haben ja haltet wie ich habe ich ihn in der Zeitung von einem Mann die Ehre da hier hat er auch eben gehört hier so leute es geht zum Hafen ist er sich weiter ist wie ich spiele die Wolle und nicht die Steine ich hatte auch nicht möchte es ist er erst einmal zu streiten nicht klären wie johin ein bisschen nachher noch neu starten so Art Zomi Richard ja ich komm schon die Hase die wir bei uns haben wir haben wir so wieder als Frente war hat um es umliegen war das alles wollen ja ich die Hälfte ist er tot das ist der Steg, den wir zusammengebaut haben und hier sieht man, das ist ein Boote drin ne, sieht man auch Boote wir müssen noch mit Booten fahren ich weiß du weißt doch warum ich hab meine Wolle weil dann lasst euch doch jetzt einfach raus bei Let's Play, Alter mein Bus her fährt allein los, was war diese Scheiße ich warte auf dich, ne ist die ganze Hafen? egal, ich fünfte schon über so Leute, wir sehen uns, wenn ich drüben bin tschüss und so Leute, wir sind jetzt hier drüben bei, ja, dann ist irgendwo da der Hafen so und jetzt sind wir hier drüben, gehen wir raus hier ja, Jonas hier bin ich das ist Jonas gebautes Haus Made in Germany and by Little Joanie was steht denn hier überhaupt? wir treten dieses Gebäude führt zu Spaß und Action ha 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 blaue Wolle wir müssen es mal lassen Joni hat das richtig cool gebaut also respect, ne mhm was ist das eigentlich? achso das hellige Bett nicht anfassen angefasst berührt kann er raufthronen oh wird draufgehen so wo wir jetzt hin ähm okay zum alten projekt was heißt wie er neu ist ne so Leute was ist das denn hier für ein kleiner Hafen ach nur ein Bett ist hier ein paar Boote so Leute wir sehen uns wieder ey sag gerade voll der Boot der Boot der Boot Bucherpreise und der Hafen ist kostenlos so Leute wir sehen uns wieder wenn wir bei unseren alten Projekten unser Hochhaus kennt ihr ja schon also bis gleich ja so und hier sind wir jetzt zum Gameplay ich bin jetzt eigentlich mal angekommen nach langer Zeit so und ihr seht ja schon das Haus ist fair geworden die Bäume sind gar nicht gewachsen sehe ich gerade da oben so hier gehen wir mal los komm dann gehen wir mal hoch Joni durfte auch wieder mitmachen weil der andere Gast hier weg ist wir hatten sich wohl in der Wolle ganzen Etagen kennt er hier schon also können wir brauchen mal von hoch gehen äh wir hatten uns in der Wolle und Leute wenn die Etagen noch gar nicht kennen dann guckt euch das Video davor an die zwei Videos davor zwei naja mein brennendes Haus war auch noch dabei mein schönes Haus das interessiert der das interessiert wieso keinen Michael es hat schon mehr Aufruf als meinen als das Gameplay ja so so Leute wie in erster erwähnten Video die Disco hier von Richard gebaut diesmal und bringt es nicht mehr schön ob er es reicht doch nicht weiter die zweite was kann meine eigene Etage nicht so was soll es eigentlich sein Sauna Sauna okay Gröser und Saunen zu machen nein ja ich mach gleich aus ich mach grad Gameplay ich mach grad Gameplay hehehe 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 so Sauna so was war hier nochmal ach ja und äh Ruhe Zerwer für die Leute wenn ihr auf dem Zerwer drauf sind kann ich schlafen 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 oder zu öffnen sind auch gut guck hier guck hier schlitten hoch äh beim Balkon so jetzt kommt hier unser Baum unsere Letzitation ist das hier nein noch nicht ach ach sich auch gerade unsere Bahn unsere Bahn die Berner fahren wir nicht weil ich hätte sie gesetzt wurden von mir ich jaut ich jaut da so jetzt die Tasi habe wir wachsen die Bäume hier nicht die beiden Bäume wollen wir hier nicht wachsen wachsen nicht wachsen egal zwei Bäume sind gewachsen das reicht los komm wir ja ich spring nochmal runter um den Sauna kurz machen ja schlecht ne ok komm mach mal mir geh mal mit mir gucken ich spreche zuerst und er er hat das für zuerst wieder klar auch ganz schnur ganz schnur ah wow das weiß ich noch nicht springen ich muss auf den Land kommen noch nicht noch nicht noch nicht ok ganz springen ich ja es nicht und meine Wolle warte und o o o o o er er die 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 so es war es also wie ich sehe ich ja den schon gesagt hatte also So, tschüss. Und Jan, diesmal grüße ich dich. Ciao.